einen wunderschönen guten morgen liebe traderinnen und trader und damit herzlich willkommen in der aktuellen handelswoche woche war ja die letzte war lang die heutige woche startet direkt ran gestern gab es die vorbereitung für den heutigen handelstag nach der world of trading ich hoffe alle die die ich gesehen habe auf der world of trading sind gut nach hause gekommen guten morgen ludger guten morgen auch an alle zuschauer hier die das ganze über unseren go to webinar links sich anschauen wenn sie fragen habe dann bitte einfach hier in den entsprechenden chats auch die fragen stellen wir blicken dann gemeinsam jetzt gleich in die charts hinein und ja können dann gerne auch ich gehe dann gerne auch auf ihre wunschcharts ein ich blinke mir nur noch schnell hier im go to webinar mal noch die fragen ein fernando schönen guten morgen und dann gehen wir hier direkt auch in die charts hinein vorab natürlich wie immer der risikohinweis sie wissen dass der handel mit devisen und cfds auf margin der kann zu verlusten führen sie riskieren ihr kapital zu verlieren diesen risikohinweis bitte ich allen hier zur kenntnis zu nehmen was habe ich heute für sie vorbereitet ich habe vorbereitet ein paar handelsideen jetzt muss ich schnell noch mal auf meinen spickzettel schauen der hat sich hier verabschiedet wir hatten den euro stocks 50 wir hatten us dollar im can dollar und ich muss jetzt wirklich nachschauen es sind wirklich die dinge die nicht so leicht einfach im kopf hängen bleiben so und dann öffne ich das ganze mal und dann haben wir noch den us dollar austral dollar us dollar die drei dinge haben wir hier heute auf der uhr auf der agenda und ich würde sagen wir gehen auch gleich einmal in die charts hinein und wir starten direkt auch hier mit dem index hier sehen sie jetzt den dax den dax habe ich heute nicht vorbereitet den hatten wir in der letzten woche besprochen aber in dem chart sehen sie auch schon was hier gerade auch passiert und ähnliches hatte ich auch im hinterkopf als ich mir den chart vom euro stocks 50 angeschaut habe ich mache das bild für sie auch gleich einmal groß damit wir hier alles sehen können was wir sehen müssen wir sehen hier jetzt den euro stocks 50 im abwärtstrend hier oben in diesem bereich bei 2000 entschuldigen sie 3.269 euro ist ein widerstandsbereich ne es war eine tiefe korrektur das umkehrsignal in richtung der bewegung das hatten wir ja entsprechend hier oben auch bekommen hier diese schöne umkehr kerze das ist einfach wunderbar wie schön die trends hier entsprechend auch funktionieren jetzt ist das ganze schön in die bewegung reingelaufen und ich hatte auf meinem vortrag auf der messe auf einem der vorträge auch gesehen oder gesagt diejenigen die es gesehen haben werden sich vielleicht erinnern dass man sagt wenn sich so ein trend fortsetzt läuft er ja hier unten drunter durch im endeffekt als abwärtstrend aber was wir hier auch sehen ist diese bereiche sind naja oftmals auch bereiche wo der markt so ein bisschen hin und her ping pong spiel macht beziehungsweise wenn trends wirklich so weit auch schon gelaufen sind wie dieser hier möglicherweise auch mal zu einem ordentlichen gegenhieb ausholt und das ist das worauf ich hier an dieser art und weiß auch so ein bisschen ja spekuliere was ich da im auge habe weil wir haben hier in der letzten woche mal den ersten schub nach oben gesehen und danach das was wir hier gesehen haben war so ja so ein bisschen seitwärts korrektur letzte woche donnerstag und freitag sie wissen ja die us markte waren donnerstag geschlossen freitag halber handelstag da ging nicht viel das hat man auch bei den indizes gesehen jetzt kommt hier scheinbar positive dynamik ins spiel das haben wir heute auch bei den asiaten gesehen der nicker ist auch ganz ordentlich gestiegen vorhin wo ich geguckt habe stand da knapp 1,9 prozent im plus im vergleich zum freitag also doch ein schöner schub hier nach oben wenn sich das ganze so weiterentwickelt ist das jetzt ein anzeichen wenn wir die stunde mal anschauen die stunde ist jetzt definitiv aufwärts gerichtet das heißt wenn wir hier oben drüber auch gehen was wir ja machen dieses hoch was ich hier eingezeichnet hatte von dieser kerze hier von dieser kerze das war letzte woche mittwoch das hatten wir bei 3157 punkte wenn der markt hier weiter drüber schiebt dann haben wir gute karten dass wir ein stück weit hoch laufen der nächste anlaufpunkt wäre hier des tages hoch hier in der nähe in dem rahmen von knapp über den daumen 3200 punkte ein bisschen mehr das hoch der kerze liegt bei 3205 punkten also hier das ist der schub nach oben wenn es nach unten läuft das müssen wir jetzt allerdings auch noch besprechen bevor wir in die stunde reinschauen ich mache es mal kurz auf die woche bricht die 3 1 dann haben wir dynamik nach unten freie fahrt hier haben wir wenn wir die wochen kerze mal angucken da ist nichts da ist nichts was uns in irgendeiner art und weise vernünftig aufhalten kann vernünftigen support liefern kann da liegen zwar ein paar tages kerzen zwischen aber dann ist der schub erst mal runter richtung 3000 beziehungsweise hier dieses tief dieser kerze liegt bei 2976 da ist dann erstmal ordentlich luft noch dazwischen die man hier entsprechend im raum auch mit sehen kann das muss man einfach mit im hinterkopf haben wenn wir jetzt hier auf die long geschichte traden dann ist das einfach eine chance des rebounds im mittelfristigen bereich der eventuell jetzt hier ein paar tage nach oben laufen kann wenn die märkte nach thanksgiving in den usa auch gut performen denke ich mal könnte das positiv hier auch wirken wir schauen jetzt noch einmal in die stunde was ich damit meine schaut mal hier im großen bereich hier bewegung dann haben wir jetzt hier korrektur gehabt die letzten zwei handelstage das war das und jetzt jetzt schiebt den markt nach oben drüber ich weiß wir sind hier an dieser stelle noch vorbörslich wenn die dynamik die wir in asien gesehen haben allerdings bleibt dann haben wir gute karten dass der markt ein guter tag wird der kann auch wieder rumdrehen aber das was wir hier spielen das ist erstmal ein positives bild das ist das signal dass der markt den rebound auch macht jetzt müssen wir nur den ja den fortschritt entsprechend sehen wir sehen es ja hier wir sind mit dem gap in den tag reingegangen mit dem abgap das ist jetzt spannend wenn der markt wirklich schön weiter nach oben läuft das ganze hier auch ein stück nach oben mitzunehmen wenn ich diesen chart mal etwas kleiner mache da sehen wir auch wieder ganz hervorragend wo wir anlaufpunkte haben schaut hier haben wir 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 also da ist einiges da was wir nach oben mitnehmen können und das sind die punkte die uns hier ganz klar den favorit nach oben schieben wenn der rebound anläuft das sind die marken die wir hier haben können vorausgesetzt immer weit positive dynamik ohne das geht es nicht weil momentan traden wir gegen den übergeordneten trend und da muss man natürlich ein bisschen anders an das ganze rangehen das also zum euro stocks 50 und dann laufen wir hier jetzt direkt in den währungsbereich über wir starten mit dem us dollar kann dollar hier auch wieder sehr gut im tageschart zu sehen was die wichtigen fakten sind die wir hier auf der uhr mit haben und wir sehen es schon hier herrlich dieser aufwärtstrend wirklich wunderbar oben hier wir hatten diese ziele wo dieser markt hier oben rüber geschoben ist hatten wir hier ein bewegungsziel wo der markt rein laufen könnte alles wunderbar hier nach unten trend fortsetzung wo sind wir drüber gelaufen sehr sehr schön hier drüber da sehen sie halt auch wie gut das ganze funktioniert wenn man so ein trade planen möchte wer nach uns kauft wenn uns der chart etwas hergibt dann kann man dort sagen warum wird dort gekauft und das wird auch oft passieren das passiert sehr sehr oft das ist halt auch der fokus den ich habe was haben wir jetzt hier hier haben wir jetzt eine sache wir hatten am freitag diese kerze hier die war schön zu sehen warum war das schön zu sehen nummer eins wir haben eine tiefe korrektur gehabt nummer zwei wir sind nicht unter dieses tagestief hier vom donnerstag drunter gefallen heißt hier leichter support am tagestief und mit dem hoch sind wir über das hoch vom vom donnerstag gegangen das ist gut weil stunde schiebt nach oben wenn das ding sich fortsetzt das heißt wir müssen jetzt wirklich hier oben drüber dann haben wir gute karten dass der markt das ganze nach oben spielt das heißt dass diese kerze die wir hier gesehen haben das war die allererste kerze die wir innerhalb dieser korrektur gesehen haben die uns mal deutlich nach oben gegeben hat das heißt wenn wir hier nach oben schieben dann haben wir hier oben drüber über das tages hoch bei wo genau liegt sich schon mal unten nach bei 1 32 584 haben was stehen da müssen wir drüber und dann haben wir den weg nach oben hin erst einmal geebnet hier die 1 33 1 8 0 anzulaufen und danach sie sehen es schon hier auf dieses große hoch hier in diesem tagestadt mit oben ranzulaufen das ist interessant hier gibt es halt noch das tages hoch dazwischen drinnen aber das ist alles noch zukunftsmusik da sind wir noch weit von weg erst einmal brauchen wir den schub nach oben wenn der nicht kommt ja momentan ja bewegt der markt sich ja unten drunter hier mitten in dieser großen außen kerze dann geht nach unten natürlich auch noch ein bisschen potenzial in die korrektur hinein das heißt das ist wirklich zum einen erst einmal das tagestiefe was wir haben bei 1 31 8 2 0 und darunter dann noch die zwei tagestiefs die wir liegen haben bei 1 31 5 5 2 und 1 31 4 0 3 bevor wir dann hier unten in den support reinkommen das ist das aktuelle trend tief das der vorhergehenden korrektur sozusagen das korrektur tief das liegt bei 1 31 282 da spätestens sollte das teil wirklich zum ordentlichen rebound ansetzen das heißt naja das ist ja dann kein rebound sondern eher die bewegung das heißt die korrektur geht zu ende wir schnäpsen nach oben das muss man einfach mit auf der uhr haben wenn die korrektur tiefer geht dann kann man noch ein bisschen nach unten mitnehmen ansonsten wenn es hoch läuft dass der weg nach oben den ich geschildert habe und das sehen wir auch wieder hervorragend hier in der stunde hier schaut mal das hier das war der schub nach unten da kann man auch sagen hier das ganze auch noch ja hohe volatilität in dem bereich die nächste bewegung korrektur hier gehabt also wir sehen schön diese schwünge diese wie die wir haben und das ist hier der bereich da hat es uns gezeigt hola hier wollen wir doch mal drüber gehen mal drüber gucken was passiert wir sind also hier haben das ganze die hochsehe rausgenommen mit diesem starken schub und jetzt sehen wir halt erst einmal das war die erste bewegung diese erste bewegung wird jetzt hier entsprechend korrigiert und jetzt müssen wir einfach mal schauen wie sich das ganze entsprechend weiterentwickelt wie schon sagt wenn wir in der stunde hier unten drunter laufen unter diesem bereich das wäre dann ungünstig weil damit wäre dieses positive set up wieder negiert wurden die kerze die am freitag hier entstanden ist ist dann weg das war nicht die schönste kerze aber es war erst mal ein achtungszeichen aber wenn der markt doch hochlaufen sollte dann haben wir die chance hier den aufwärtstrend zu generieren und dann entsprechend natürlich hier auch weit nach oben zu laufen da suche mich auch mal ganz kurz ein kleines stückchen rein wir sehen hier sehen wir schön den bewegungstrend nach oben da gibt es oben noch nichts weiter jetzt in der stunde zu sehen aber in der tageschart basis da haben wir gesehen was im linken rand noch am potenzial da ist also hier drüben wo wir hingehen können da kann einiges kommen wir schauen einfach jetzt hier mal rein was der markt macht und lassen uns das einfach nur zeigen wir müssen einfach nur ganz ganz geduldig warten und sie sehen ja hier auch im tageschart was das für marken sind die wir beachten müssen und damit ist der plan auf alle fälle mit da so das also zum währungspaar us dollar kann dollar und dann schauen wir noch auf den dritten währungs auf das dritte währungspaar und zwar ist hier mal wieder drinnen austral dollar us dollar es ist ein markt den hatten wir schon öfter auf der uhr den schweiz persönlich auch ganz gerne den australischen im aktienmarkt das hängt einfach damit zusammen dass ich doch relativ eng mit dieser währung auch persönlich verbunden bin und die schon sehr sehr lang auch selbstständig trade und so ein paar eigenheiten von dem ganzen spaß auch kenne von der seite her hier mit blick auf diese währung sehe ich persönlich zwei sachen die mir hier sofort ins auge stechen das erste das ist schön wir haben einen aufwärtstrend aufwärtstrend sagt uns ja immer der wird sich fortsetzen wenn es über das hoch hier drüber läuft wir laufen gerade in der tiefen korrektur hinein hier war das erste umkehrsignal dann gab es korrektur das ist völlig normal in diesem markt das passiert der haufenweise und hier unten kann man schön eine eine aufwärtstrend linie rein zeichnen ich habe jetzt mal für sie mit ein bisschen abstand gemacht dass man auch schön tief sehen aber wir können hier sehr schön den den aufwärtstrend entsprechend auch unten mit einer trendlinie versehen und wir sehen was hier in den letzten tagen auch passiert ist wenn der markt unten rangelaufen ist er ist rangelaufen und hat dann wieder rumgedreht und das ist das interessante was wir wir hier sehen das ist für die long seite ist das sehr sehr schön das ganze hier zu sehen weil wir hier entsprechend nach oben laufen das heißt bewegung korrektur jetzt schieben wir hier oben raus das heißt wenn wir schön oben drüber gehen dann setzt sich die intensität jetzt in der stunde entstanden ist nach oben fort wir haben es jetzt ja geschafft über das hoch vom freitag drüber zu laufen das heißt die korrektur hier wieder nach oben rauszuschieben in richtung des übergeordneten trends und wenn sich das ganze fortsetzt dann ist das sehr sehr interessant zu sehen weil dann haben wir die aufwärts dynamik dann können wir wieder sehr sehr schön nach oben hin laufen dann wird der bereich hier der widerstandsbereich wieder interessant wir können über das tages hoch von 0 73 0 1 1 laufen und dann hier in diesen widerstand bei 0 73 1 4 8 rein und dann hier natürlich mit blick auf den trendverlauf momentan das trend hoch in angriff nehmen das trend hoch haben wir hier bei 0 73 3 7 6 da drüber und dann haben wir hier schon die nächsten anlaufpunkte nach oben hin also da geht einiges nach oben sehr sehr schön zu sehen sollte es doch zu einer korrektur ausweitung kommen dann muss ich jetzt leider aber noch auf das zweite eingehen das ist eher die short geschichte warum sage ich hier leider wir haben jetzt hier einen trend und oftmals ist es so dass gerade diese währung trends wirklich sehr sehr schön ausbaut aber eins müssen wir jetzt hier mit in betracht ziehen es könnte unter umständen sein muss nicht aber es kann sein dass sich hier ein keil bildet und ein keil an dieser stelle in dieser situation bricht halt hier in dem moment eher über die unterseite aus das wäre dann das negative szenario das heißt dass wir hier diesen widerstandsbereich nur angelupft haben und der markt dann wieder in die schwäche geht und den weg nach unten hin wieder mit aufnehmen da müssen wir dann tatsächlich den blick nach unten werfen das wäre dann hier jetzt in dem moment erst einmal alles noch nicht ganz so tragisch weil wir uns noch innerhalb des aufwärtstrends befinden wenn wir nicht hier unten unter dieses tief fallen bei 0 71 6 5 8 das heißt hier nach unten hin der blick das tagestief ist hier wichtig und natürlich hier das tagestief um die 0 71 9 9 9 also knapp 0 72 und dann hier unten natürlich dieser bereich das ist zukunft zum sieg das weiß man nicht aber es kann ja passieren weil wir halt so nah an diesem an diesem tief hier unten ran sind an diesem an dieser linie an dieser aufwärtstrendlinie da kann halt auch mal schnell ein bruch kommen der dann ein bisschen dynamik nach unten mit auflöst aus diesem grund das ganze mit blick hier drauf wir schauen uns das ganze auch mal in der woche an und das sehen wir halt wenn wir die woche hier nach unten laufen sehen das ist halt eine sehr sehr starke abwärtstynamik drauf und wir müssen halt hier der schub nach unten wir müssen halt über diese marke hier auch drüber und solange wie wir das nicht nachhaltig sind ist halt dieser schub noch nicht nachhaltig gebrochen und aus diesem grund ich mache das mal kurz etwas größer spielt halt dieser bereich hier so eine ganz ganz entscheidende rolle in diesem in diesem in diesem in diesem marktverlauf weil das hier war alles innerhalb dieser großen innenkerze da ist der markt nicht wirklich so deutlich nach unten rausgegangen dass man sagen kann okay man hat ab hier jetzt schon diesen diesen großen abwärtstrand nachhaltig gebrochen also spannend wird es jetzt wirklich was hier oben passiert wenn der markt hier deutlich rausläuft dann haben wir die korrektur geschichten hier diese abwärtsbewegung mit im markt die wir schön anlaufen können das ist das positivste nach was ich ja auf der uhr habe und das kann gut und gerne wieder in diese richtung laufen wenn wir positiv dynamik bekommen also das zu den handelsideen für den heutigen tag so und jetzt schaue ich gleich nochmal in die chats hinein dass wir hier mal noch die fragen beantworten können ich prüfe gleich mal nach fragen sehe ich hier gerade nicht ja auch allen die hier guten morgen gewünscht haben einen schönen guten morgen jetzt hier im nachgang nochmal ein ganz kleiner hinweis noch in eigener sache ich bin in den nächsten tagen bisschen offline bisschen raus aus dem büro ein auge auf die märkte habe ich trotzdem also ganz raus nehmen werde ich mich nicht weil wir haben jetzt nach thanksgiving und da kann immer einiges an den märkten gehen das heißt in den nächsten tagen also von dienstag bis freitag werden sie ganz ganz normal von mir mit den blog einträgen auch versorgt und ich werde am sofern und sobald es das internet auch zulässt natürlich auch das ganze dokumentieren aber da habe ich einfach die kleine den kleinen änderungshinweis ich werde das ganze nicht live machen einfach weil teilweise die internetverbindung hier bei uns in deutschland zu schlecht sind dass da eine gute qualität rüber kommt das heißt ich werde das ganze für sie aufzeichnen und dann direkt an diesen blogbeitrag den ich jeden morgen schreibe mit anhängen ich möchte ihnen das ganz kurz mal zeigen kleinen augenblick ich öffne mal die website von ticmel dann ziehe ich es mal ganz kurz runter hier in den video bereich den ich ihnen hier morgens auch immer zeige also gehen sie einfach auf die website von ticmel hier bitte auf den deutschen bereich und wenn sie dann auf den blog klicken dann kommen sie auf die blogseite und da stelle ich ihnen jeden tag hier die entsprechenden handelsideen auch ein und wenn sie dann nach unten scrollen also all diejenigen die hier immer live zuschauen die werden das vielleicht noch gar nicht so genau mitbekommen haben weil sie die video besprechung halt immer hier direkt live bekommen unter die beiträge stelle ich immer das entsprechende video das aufzeichnungsvideo und da können sie dann direkt reinschauen ich mache das dann die nächsten tage so dass sie direkt hier unten drunter unter dem aktuellen blogbeitrag dann auch noch meine kommentare sehen die ich zu den einzelnen charts habe das heißt ich werde sie weiterhin mit bild wort und ton versorgen für die nächsten tage das als an dieser stelle als kleiner hinweis also zum video gelangen sie dann hier nicht direkt über facebook sondern direkt im blogbeitrag aber das sehen sie dann auf facebook wenn sie auf dem blog draufklicken dass sie dann unten drunter das aktuelle tagesvideo haben also das von meiner seite her als hinweis paar tage offline muss auch mal sein also allen zusammen ja einen guten start schöne trades ja es wird sehr sehr spannend wie die us-märkte nach den feiertagen wieder reinkommen auf der währungsseite geht einiges öl auch öl das muss ich noch kurz zeigen das war ja irre was da los war in den letzten tagen und ich habe das in der kleinen beschreibung zu dem heutigen blog eintrag auch gesagt es würde mich echt nicht wundern wenn wir im öl mal einen kräftigen rebound bekommen und deswegen have an eye on it ich gucke hier ganz genau hin also das was wir jetzt hier sehen das ist jetzt noch nicht das was ich als rebound verstehe also das ist erst einmal eine tageskerze sowas hatten wir hier in diesem starken schub aber schon öfter wir hatten hier ich hatte das ja auch gezeigt hier diese 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 bärische flagge die hatten wir hier die hatten wir hier die hatten wir hier oben das ist ein muster das passiert momentan immer immer gut und das lässt sich auch sehr sehr schön traden im bti aber und das ist jetzt der punkt wo ich gesagt habe ein rebound könnte überfällig sein jetzt nicht aus sicht von diesem trend das ist hier für mich einfach der verlauf das thema mit dem rebound habe ich aus einer anderen geschichte aus schaut euch mal an hier unten das muss ich jetzt mal ganz kurz noch zeigen kleine externen ich hoffe das ist jetzt nicht zu lang wie wir hier reingehen aber hier haben wir das mache ich jetzt mal grün damit wir schön den aufwärtstrend sehen ich muss da auch nicht weit reinlaufen nur ein kleines stückchen zeige ich Ihnen das hier mal an dieser stelle das ist eine schöne situation wo wir aktuell reinlaufen weil wir kriegen so eine richtig richtig schöne überdehnung da habe ich auch mal einen artikel im traders magazin geschrieben das war so panische aktienmärkte oder panische märkte an sich wie wir das ganze hier an dieser stelle stück für stück auch immer mal wieder bei den währungen oder bei den bei den bei den indizes oder auch bei den rohstoffen sehen wir haben wir so eine richtig richtig schöne überdehnung nach unten und diese überdehnung wenn man das ganze auch so ein bisschen kombiniert wo der markt entsprechend auch mal hinläuft dann haben wir ja immer mal so unterstützungen nach unten hin hoppala das wollte ich gar nicht wegschieben und diese unterstützung nach unten hin das könnte jetzt interessant sein weil wir haben hier unten in diesem bereich um die marke von was haben wir hier unten 51 da muss ich mal kurz gucken ob das passt hier hier unten in diesem bereich da unten rein das hier das ist ein support hier unten an diesem tief an diesem trend tief was wir hier hatten und es könnte unter umständen sein dass wir durch diese starke überdehnung und die aktuelle verortung doch tatsächlich mal einen leichten rücksetzer nach oben hin bekommen den wir dann auch mal auf wochenbasis sehen und das ist interessant und wenn sowas kommt lässt sich das nach solchen starken übertreibungen nach unten auch häufig sehr profitabel traden das heißt hier drauf gucken was hier an der stelle passiert ich halte sich hier natürlich auch immer mit auf dem laufenden aber das musste ich jetzt einfach mal noch mit loswerden weil das das brennt mir so richtig unter den nägeln da warte ich wirklich auf das schöne umkehrsignal dass wir hier ordentlich gut mit reinkommen so an dieser Stelle jetzt wirklich einen schönen start in die woche gute trades und wir lesen und hören dann morgen wieder voneinander bis dahin allen einen schönen montag und ja machen sie es gut tschüss ihr mike seidel